Was geht up to date? Du bist hier genau richtig, denn heute sprechen wir darüber, wie du Sprachnachrichten richtig einsetzt und warum du sie zu deinem Vorteil nutzen kannst beim Texten. Und wenn du prinzipiell mehr zu solchen Themen wissen willst, dann abonnier genau jetzt den Kanal, denn ich bringe mehrmals die Woche Videos zu solchen Themen raus. Lass uns anfangen. Ja, also zunächst einmal Sprachnachrichten. Solltest du sich benutzen, ja oder nein? Mein prinzipieller Tipp ist immer, nutze alles, was dir WhatsApp oder Instagram Chat oder Tinder oder Bumble oder welches Medium auch immer zur Verfügung hat, um mit der Frau zu kommunizieren. Also es heißt nicht nur Text, reiner Text. Wenn man so will, sind Emojis ja auch schon eine Weiterentwicklung oder eine Ergänzung zum reinen Texten. Dazu zählen natürlich Sprachnachrichten. Anrufe, Videos, GIFs, Videoanrufe, alles Mögliche. Man muss nur ungefähr wissen, wann man es einsetzen kann und wie man es einsetzt. Heute sprechen wir über Sprachnachrichten. Und den größten Fehler, den die meisten Männer machen, ist, nicht mal darüber nachzudenken, eine Sprachnachricht auch zu verschicken oder sie zu nutzen. Die wollen lieber die sichere Schiene fahren und nur texten. Und bevor du die Sprachnachrichten komplett falsch einsetzt, zum Beispiel so riesen Blocker, zwei Minuten, drei Minuten, mehr entzieht sich meiner Vorstellungskraft, noch längere Zeit Sprachnachrichten verschickst, mach es besser nicht. Dann werde ich definitiv empfehlen, lass es sein, denn sowas ist ein absoluter Stimmungskiller. Und ich spreche natürlich immer von der Kennenlernphase, wo du die Frau kennenlernen möchtest, daten möchtest, ihr noch keinen Sex hattet, vielleicht schon auf einer F-Plus-Schiene oder sonst was seid. Wenn ihr auf einer fortgeschritteneren Schiene seid, wo sie vielleicht auch auf Sprachnachrichten steht, kannst du das gerne machen, wenn du sonst nichts Besseres im Leben zu tun hast, allzu lange Sprachnachrichten abzuhören, aber in der Kennenlernphase vor dem ersten Sex dosiert einsetzen. So, warum denn überhaupt Sprachnachrichten einsetzen? Nun, du gibst dem Ganzen nochmal eine weitere Komponente, denn du bist vom reinen Texten, kannst du schon mit deiner Stimme punkten. Alles, was dich einen Schritt näher bringt zu dem realen Kommunizieren, wie man das in der echten Welt tun würde, nämlich Angesicht zu Angesicht, in dem man spricht, ist schon mal gut. Und das kannst du dann machen, indem du auch eine gute Tonalität mit reinbringst, bloß nicht zu monoton, nicht zu viel stottern. Auch da kannst du ruhig selbstständig Sprachnachrichten verschicken, üben, einfach indem du häufiger Sprachnachrichten an deine Freunde verschickst und selber mal darauf achtest, dass du eine klare Ausdrucksweise hast. Und das Zweite ist natürlich, du kannst viel mehr Emotionen mit reinpacken, viel mehr als sogar auch das beste Emoji es machen könnte. Und das ist das, was die Frau liebt, ist, wenn Emotionen in der Kommunikation dabei sind. Und über den reinen Text ist das häufig schwierig, gerade bei zum Beispiel Plattformen wie Tinder, wo maximal noch GIFs möglich sind und das war's. Insofern gerne mit einstreuen und da nicht den Fehler machen, ellenlange Sprachnachrichten zu verschicken, sondern das kann ruhig fünf bis zehn Sekunden sein, reicht. Also im Prinzip, dass du zwischendurch auch mal den Text, den du sonst geschrieben hättest, als Sprachnachricht oder durch eine Sprachnachricht ersetzt und da ein bisschen Emotionen mit reinbringst. Ich würde zwei Arten der Sprachnachricht oder der Tonalität empfehlen. Entweder ruhig, etwas tiefere Stimme, ja aber nicht fake tief, sondern einfach nur ruhig, gelassen. Du sprichst was rein, da kann sie dir in deiner Stimme folgen und das verleiht dem Ganzen ein bisschen Stabilität und Gelassenheit. Oder eine sehr energetische Nachricht, in der du selber vielleicht auch viel Energie reinsteckst, die auch dann am anderen Ende des Handys bei ihr ankommen. Zum Beispiel von irgendwas berichtest, was ganz cool ist, ist natürlich immer teasen, die Frauen ein bisschen neugierig machen, zum Beispiel reinsprechen, wenn es da schön ist. Hey, hey Anna, du glaubst gar nicht, was ich gerade in der Stadt entdeckt habe, würde dir mir super gefallen. Echt unglaublich, ich habe mich verliebt. Ende. Ja, kannst du sie teasen, bringst auf jeden Fall ein bisschen Energie mit rein und dann kannst du hinterher davon sprechen, dass du ein neues Kaffee entdeckt hast, ein süßes Kaffee und du gehst mit ihr da Kaffee trinken. Wann hat sie Zeit? Keine Ausrede. Zum Beispiel, ja, oder eben sehr ruhig laid back auf dem Sofa, je nachdem, was du zu erzählen hast. Wenn du dein Textgame noch mehr verbessern möchtest und vielleicht nicht so richtig vorankommst oder glaubst, du hast sowieso viel zu wenig Frauenkontakte, dann komm gerne zu mir ins Coaching. Wir schauen, wo du dich verbessern kannst, was du machen möchtest, was in deiner Situation gerade angebracht ist und ich helfe dir dabei und vermittle dir vor allem Spaß beim Umgang mit Frauen. Ruf mich einfach an oder schreib mir einen Text. Und wenn du auch wissen willst, was andere Männer für Erfolge oder Misserfolge haben, dann komm gerne in die Up-to-Date-WhatsApp-Gruppe, schreib einfach deinen Namen und deine Stadt, wo du herkommst und ich füge dich hinzu. Jetzt noch zum zweiten. Sprachnachrichten können auch hilfreich sein in der Textkommunikation mit Frauen, wo sie relativ wenig Input leistet. Und wenn du meine Videos fleißig geschaut hast, wirst du wissen, dass du gerade zu Beginn deine Aufmerksamkeit gerade beim Texten haushalten musst, dass du sie nicht zu sehr bombardierst mit Aufmerksamkeit, sprich Input via Text, weil das ein Abtörner für die Frau ist. Denn es subkommuniziert, ich habe keine besseren Optionen, ich habe auch nichts anderes im Leben zu tun, du bist das Zentrum meiner Gedanken, deswegen schreibe ich dir so viel und ich hoffe, dass du mir bitte ein Leckerli zurückschmeißt, wo ich mich freuen kann und ich will dich doch unbedingt treffen, weil du bist die Einzige, obwohl ich dich noch gar nicht richtig kenne. Und wenn jetzt eine Frau immer nur ein oder zwei Zeile antwortet, ist das natürlich nicht viel und man muss schauen, was man daraus macht. Und manchmal muss man selber ein bisschen einen Anschub leisten, um ein Gespräch in Gang zu setzen. Ein, zwei Informationen, ein, zwei kurze Storys und das ist manchmal mit zwei Zeilen nicht getan oder drei Zeilen. Aber um das optische Bild, was die Frau auch haben wird, von eurem Textverlauf nicht kaputt zu machen, durch ein, zehn Zeilen Sprechblase, ja, und dann nochmal fünf und sie antwortet nur eine Zeile. In solchen Fällen ist es manchmal auch hilfreich, eine 20-sekündige Sprachnachricht zu verschicken. In 20 Sekunden gesprochenem kannst du sehr viel Infos verpacken, kannst dem Ganzen wieder einen Anschub geben, auf was sie reagieren kann und fertig. Das heißt allerdings nicht, dass sie immer zwei Zeilen schreibt und du immer 20 Sekunden schickst. Das ist auf Dauer auch wieder zu viel Input von deiner Seite. Also deswegen haushalten, mal 20 Sekunden, okay, und dann wieder in den Textmodus kommen oder schauen, ob vielleicht von dir was zurückkommt. Dritter Punkt ist, Sprachnachrichten können dir auch dabei helfen, abzuschätzen, ob sie Interesse an dir hat oder nicht und das vielleicht auch ein bisschen zu schüren, indem vielleicht auch von ihr eine Sprachnachricht zurückkommt. Ja, also du gehst das Ganze von reiner Textebene auf Sprachnachrichtenebene. Wenn sie auch gerne Sprachnachrichten zurückschickt, fühlt sie sich schon mal wohl, deine Stimme zu hören und selber auch ihre Stimme preiszugeben. Wäre vielleicht die nächste Möglichkeit ein Anruf, Date und so weiter. Ja, also du kommst schon mal ein ganzes Stück näher und das Ganze wird ein bisschen lebhafter. Deswegen kann das ein Indiz sein, muss nicht, aber kann, zu schauen, ob die Frau dir auch gut gesinnt ist und auch sich wohlfühlt. Und jetzt noch das Letzte. Wenn du Sprachnachrichten verschickst, ja, und das auch gerne energetisch machst, versuch nicht übermäßig lustig oder cool zu sein. Das geht meistens schief, gerade zu Beginn. Also keine Sachen wie, hey, hey Chiquita, Bonita, Mamacita, hey Babygirl, all solche Spitznamen bitte weglassen. Das kann im Zweifel nur nach hinten losgehen. Ja, da kann die Frau sagen, was ist das denn für ein Weirdo, so Chiquita, was soll der Scheiß? Sondern bleib bei, hey, hey, bleib bei ihrem Namen, sprichst sie gerne bei ihrem Namen an. Leute hören gerne ihren Namen und das reicht auch. Und Spitznamenerfindung ist etwas für das Date, wenn ihr euch persönlich trefft und sich Situationen ergeben. Da kannst du immer nochmal einen Spitznamen daraus machen, den du dann aufbaust, aber nicht vorher beim Text, wenn ihr euch noch nie wirklich kanntet. So, ich hoffe, dir hat dieser Input gefallen. Ab jetzt auch gerne Sprachnachrichten verwenden. Nicht zu lange, tu dir den Gefallen, nicht zu lange. Es liegt nur dafür, in gewisse Würze mit reinzubringen. Abonnier gerne den Kanal, das heißt, dann weiß ich, ich soll weitermachen. Und ich würde sagen, immer up to date bleiben.